eine wunderschöne guten morgen mit der guten armen leute herzlich willkommen zurück zu attack on titan rings of freedom wir haben ja letztes mal so eine leichte überraschung gehabt mit ehrenjäger er hat überlebt er ist ein titanwandler und wir sind jetzt armin und ich hab keine ahnung was ich machen soll ich laber einfach mit euch danke armin dank dir müssen wir jetzt nicht jenseits der mauer fliegen ich bin froh dass es geklappt hat auch wenn es vielleicht nur glück war dein kluge kopf hat uns schon mehr als einmal gerettet das ist dir nur selbst noch nie klar geworden mehr als einmal wann habe ich euch denn jemals gerettet das ist jetzt nicht der richtige zeitpunkt wir können später darüber reden wir haben ja du hast uns gerettet armin es war die richtige entscheidung hier zu vertrauen ich wusste dass es dir gelingen würde die mauer garnison zu überzeugen danke dass du mich geglaubt hast ich bin froh dass du mikasa nicht jenseits der mauer fliegen musste das ist eine drastische maßnahme und besonders realistisch ist sie auch nicht diese kraft muss strategisch eingesetzt werden und unter anleitung des regiments nachdem die mauer garnison nicht zu überzeugen war war es das letzte mal dass wir drei zusammen waren ich wünschte sie während etwas nachsichtiger mit uns wenn es hart auf hart kommt zählen wir auch noch dich haben definitiv mit dialer war ich jetzt ja da kann man dann den verstand verloren wenn wir sich auf ein paar wundertüten die euch verlassen kannst du etwas sagen wir wissen was wir tun wir haben das verhalten noch nie verstanden ich traue es ihnen sogar zu menschen von mann definitiv das bebe ich glaube da typ ausrüstung selbst habe ich ja noch vom multiplärer noch einigermaßen gut auflagen gestellt deswegen gehen wir einfach mal hier rein wer ist denn da kann man dann pixie du hast einen plan diese fähigkeit des titans zu benutzen um die stadt zurück zu erobern oder nicht ihr wollt ja glaubst du das könnte funktionieren oder war es nur ein letzter strohhalm um euch den arsch zu retten also beides kann man heute vorschlagen dass er mit seinem kraft als titan den riesigen felsen bewegen könnte um das kaputte tor zu schließen ein faszinierende strategie soviel steht fest in der not frisst der teufel fliegen was ich bin bereit du hast viel versprechen ich habe mich entschieden wir werden das mit deinem plan versuchen das ganze jetzt mit armin oder lustig werden guck mal da pixie ist eh genial ja hier steht es im der ist ja so ein trinker das ist zum schreien im anime diese momente bei dem das dürfte sehr lustig werden nein nicht springen nein pixie ist nicht mit Das ist ein Wettbewerb! Das wird jetzt ja ein Riesenspaß werden. Pussy! Pussy! Wir sind gegen sie! Ich habe mich gesagt, für ihre Todes zu dem Geld zu sein. Im Gefangst과�sten von der Mögel nicht auszudenken. Und ich habe die Mögel nicht auszudenken. Das war's für heute. doch alles klar erstes kapitel sechster episode idol ja rein ins gebetzel wollen wir mal ein paar titan aus dem weg fixer den beschluss der titan befohlen du kleiner das für einer das könnten ab normal gewesen sein aber das ist eine starke führungskraft und kämpft besonders gut an der seite von teammitgliedern haben in fact gespür verwandt die anweisung konzentration in die anweisung befehl mit befehl kannst du die teammitglieder auf andere spiele erteilen dem b druckst du ok und tritt dann geil zu behindertes vieh Weißt du was? Alter, ist hier was los? Wir hören aber recht schnell, das ist praktisch. Alter, ist hier was? Sind mir zu viele! Ich komme ja nicht mal dazu, eine anzuvisieren. Du bist mein nächstes Ziel! Nein, nein, der hat uns versucht. Da! Wow! Alter, wie viele sind denn hier? Nein, los, 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 los. Konni, mach dir mal da platt, bitte. Klappt das? Konni? Ja, ich schaue mir das jetzt an. Cool! Geil! Angeworfen, geil, wie das funktioniert. Interessant. Also, Konni übernimmt. Ah, hier ist das krass. Ha! Das geht ja echt los, als man denkt. Gibt mir alle euer Zeug. Dankeschön. 助ierig. Gut. Was haben wir denn da drüben für? Upsis. Ach so. Wow! Konni, kap dir den! ja du hast materialien für mich was haben wir hier denn ach du mein wittlich gut gemacht ja voll geil ja schon braucht ein bisschen hilfe Ich brauche Gas. Was habe ich denn eigentlich dafür? Dann sagt man, was ist das? Schallgranaten? Und Blitzgranaten? Wir sind jetzt echt bei Monster Hunter, gell? Blitzgranaten? Geil! Das war keine Ahnung, was das gebracht hat, aber ich denke mal... Hat einer von euch Zeit? Oh, cool. Ja, will ich auf Feiner Noopsie. Der Haftler da drin in der Mauer. Geil. Wow! Ani. Ani. Hat einer von euch Zeit? Das ist auch ein cooles System, wie alle zu navigieren. Den haben wir jetzt alles im Team. Kann ich Ani mit dazu nehmen? Ani? Ani? Wollt man mich... Weil ich mich... Freut es mir! So. Blitzgranaten und Schallgranaten. Na, danke für die Erklärung mal. Verwendet Blitzgranaten, um die Hand zu verwirren. Vorübergehend sehen sie dann nicht mehr, wo die Spieler sich aufhalten. Tan, die Menschen durch Geräusche orten, beeindruckst du allerdings wenig. Schallgranaten dann effektiv gegen Titanen, die die Menschen durch Geräusche orten. Sie schädigen zeitweise ihr Hör, sodass sie nicht mehr ausmachen können, wo sich der Spieler aufhält. Allerdings sind sie bei Tinan, der Menschen, der blickende Geräte entdeckt, wirkungslos. Wer hätte ich lieber auch gedacht? Einer von euch hat kurz Zeit für den. Ich hab das. Schau. Äh. Kleines Peiner des Viech. Aber wie schaut's denn hier aus? Der hängt da so ein bisschen ab. Das ist ja Schwede, ich muss ja hier richtig mal aufpassen. Zack. Komm her. Und du auch. Fallen. Ah. Wenn du einen Titanen in die Falle lockst, kannst du seine Beine zerschmettern in Bewegung fägen. Ah. Faktisch? Kann man hier wieder alles? Was haben wir denn hier? Also, wenn du dich mir grad so schön mit dem Rücken drehst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn ich dir den Nacken aufschlitze. Wie voraus? Da. Wow. Was macht denn der jetzt? Könnte einer bitte auf den Arm gehen? Einer macht bitte das. Danke. Das ist cool mit Armin. Ich hab mir echt schon so Gedanken gemacht, was hat denn... Äh, weil jede Klasse hat ja so ein bisschen seine spezifischen, ähm, Klassen. Jeder Charakter hat seine spezifischen Sachen da. Hat einer von euch grad Zeit? Danke. Gut gemacht, Conny. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Einer bitte den Fuß und... Einer den Nacken. Einer Zeit. Der Nächste bitte den Nacken. Ich helfe ja schon mit. Gut. Einer Zeit bitte auf den Nacken. Ich bin ja schon da. Sehr gut. Sehr gut. Ich zwinge die Gruppe von mittleren A. Er guckt mich hier so an. Als hätte ich dem irgendwas getan. Danke. Wer auch immer das gerade war. Gute Arbeit, Leute. Ich glaube, ich könnte mal ein bisschen Gas gebrauchen. Okay, zwei haben wir noch. Ich positioniere dich vor einem Zitat. Da ist er ja. Ne? Ha, 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 ha. Rostsignal. Alles klar. ich denke mal da wird gleich wieder erscheinen wenn wir aber auch dann richtig auseinandernehmen mit allem was wir und wer kann wer kann was kommen sie direkt zeit für unter ja komm her mal helft die märkte helfen wird doch ein bisschen mehr das wird doch jetzt ein bisschen eng gut gemacht leute konzentriert und findet das ziel auf den nacken aber ich denke mal weil ich von der zeit ein bisschen knapp wenn wir über den part und wir sehen uns gleich wieder bei attack on titan minks of freedom tschau